Musik Wir sind hier im Gartenbaubetrieb Hommes. Zusammen mit meinem Vater führen wir hier auf 5 Hektar Gewächshausfläche und 2 Hektar Freilandfläche Bietobalkonpflanzen, Topfpflanzen, Sommerstauden, Kalunen und Frühjahrsblüher für den deutschen Markt. Vor über 60 Jahren hat mein Großvater den Betrieb gegründet. 30 Jahre später ist mein Vater hinzugekommen und auch vor 15 Jahren habe ich mir überlegt, dass ich diesen Weg einschlagen werde. Musik Zu unseren Hauptkulturen zählt unter anderem Darlehen. Wir beliefern Feiling Rhein-Mars von Anfang April bis Anfang August in einer gleichbleibenden, guten Qualität mit Darlehen. Unter mehr als 50 Kulturen ist die Chrysantheme eine unserer Hauptprodukte. Durch moderne Gewächshausanrichtungen versuchen wir unsere Kunden über 16 Wochen kontinuierlich am Stück bedienen zu können. Musik Wir befinden uns hier in einem Darlehenfeld mit neuen Sorten, neuen Farben. Letztes Jahr haben wir gemerkt, dass halt gerade diese zweifarbigen Sorten, nicht nur bei den Darlehen, sondern auch bei anderen Produkten von unseren Kunden sehr gut angenommen werden. Und Kundengespräche helfen uns, um auf den Markt einzugehen und kundenorientiert produzieren zu können. Beiling Rhein-Mars ist für uns ein wichtiger Partner. Von Januar bis Oktober können wir hier in relativ kurzer Zeit große Mengen in guter Qualität zu guten Preisen versteigern und auch über den Glock-Service absetzen. Musik Auch in Zukunft wollen wir wachsen, um unseren Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wir investieren in neue, moderne Stellflächen, um ressourcenschonend und qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Ein gutes Produkt, ein sauberes Produkt, das sind die Anforderungen unserer Kunden. Musik 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 Vielen Dank.